hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei final fantasy 10 nach unserem turnier sieg gegen die luka goers dem ersten sieg der beset aurochs also dem zweiten sieg das erste mal dass sie gewonnen haben und auch gleich das erste turnier gewonnen das ist eine meisterleistung super da neben da neben da neben klar muss das treffen du arsch da wurde vernichtet die menschenmaße tobt ja und du kleine wixbirne hier kommt so smart genau du da ja haben und noch drei, na klar abbehaltung so wacker tombola element t auf alle oh scheiße und 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 das ist mir da gar kein Ende mehr Schöne Hypo wie schnell. Wow, wacker. Ich färfe aus dem letzten Loch. Kommt Vortreffer. Ah, schade. Endlich mal daneben. Und tschüss. Endlich durch. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist das? Wie schön rasiert Auron, wenn ich das Kraft breche, wenn ich den Pazzer breche, okay. Oh, okay. So, du kennst ihn? Ja, der beste Guardian, der je ever war. Dickes Krieg von hinten. Wacker. Ein Blind-Heap für dich, du Blind-Fisch. Und einen Kraft-Breaker für dich, du Arsch. Triff trotzdem noch. Kraft-Breaker ist, äh... Damit senkt man die Angriffskraft des Gegners, der Panzerbrecher. Damit senkt man die Abwehrkraft. Dann gibt's noch den Geistbrecher, der senkt die Magieabwehr. Und ich glaube noch einen. Für die Magie an sich. Und was ist da los? Hey, gib mir einen Freude! Das ist der erste Aufkritt von Anima. Der wohl genialsten Best, der das überhaupt kippt. Ich bin ein. Ich bin ein. Neh, ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, aber... Na, geht doch. Ich bin ein bisschen anlauf, aber dann hat es funktioniert. Es ist gut zu sein, ja? So, any news on what happened? Not really. We don't know where the fiends came from. Maester Micah is safe and sound, thanks to Maester Seymour. That's about it. Maester Seymour's Aeon. It was so powerful. Hey, you! Don't just stand there! All of this is your fault! Getting swallowed by Sin, ending up here in Spira, not being able to go back to Xanarkin, everything, everything! I'm telling you, it's all your fault! Who are you anyway? You knew my old man, didn't you? Yeah. And you also knew Yuna's father? That's correct. Hey, man, there's no way! That's just impossible! Nothing impossible about it. Jekt, Roska, and I, together we defeated Sin ten years ago. Then I went to Xanarkin, where I watched over you, so that one day I could bring you to Spira. Why did it have to be mean? Jekt asked me to. Is he alive? It depends on what you mean by alive. He is no longer human. But then, I felt something of Jekt there in that shell, couldn't you? You must have felt him, when you came in contact with Sin. It can't be. It is. Sin is Jekt. No, that's ridiculous! No way! I don't believe you! But it is the truth. You'll see for yourself. Come with me. If I say no? Every story must have an ending. I don't care about your stories! I see. Sorry you feel that way. Fine, then. Come or don't come, it's your decision. What am I supposed to say? You tell me it's my decision. But I don't have a choice, do I? You're the only one who can tell me what's going on anyways. I have to go with you. I have to! Irritating. I know. Or are you afraid? Or are you afraid? It's all right. will I ever go home? Back to Xanarkand? That's up to Jekt. I'm going to offer my services to Yuna. Come. Now is the whole thing more interesting. Another lab is more. Na, dann schauen wir mal, was uns nachher so erwartet. Also Oran möchte sich auch Yuna anschließen. Dann haben wir, lass mal kurz schauen. Lulu, Wakka, Kimari, Oran, Tidus, Yuna. Na ja, ein ganz schönes Pulke. So, jetzt hoch. Du denkst, er wird hier bleiben? Sir Oran kennt ihn, apparently. Du hast recht, er hat jemanden, er kennt ihn. Du denkst, er wird ein Weg nach Zanarkand finden? In any case, ich freue mich ihn hierher. Er ist noch in der Stadt, nicht er? Ich denke, ich werde ihn sehen. Whoa. Sororan! Yuna. Sir. Ich wünsche dir, dass du dein Guardian seinst. Du akzeptest? Du bist wirklich? Du akzeptest? Nein, nein. Wir akzeptieren, nicht alle? Of course. No problem at all. Aber warum? Ich versuchte Braska. Du versuchte... ... mein Vater? Dankeschön, Sir Oran. Du bist willkommen zu uns. Und... ... er kommt, auch. Hi, Leute. Wie? Diesen, ich versuchte Jecht. Ist Sir Jecht alive? Ich kann nicht sagen. Ich habe ihn nicht gesehen in 10 Jahren gesehen. Ich... ... ich... ... sehe. Du wirst uns irgendwann mal treffen. Ja. Ich freue mich auf ihn. Was ist unser Itinerary? Wo sind wir? Hey! Komm mit mir! Okay. Hey, watch! Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Wanna scream? Mmm, I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know? I know it's hard. Yeah. I understand. I think. Right. Now let's see what you can do. Huh? Come on. This is weird. Next, try laughing out loud. What? Come on, show me. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah too funny it was your idea um thank you i want my journey to be full of laughter Okay. If we should get separated, just whistle. I'll come running. I promise. Hm. Mhm. Well, let's go. What are you looking at? We were just worried you guys might have gone crazy. Sorry. Well then, all right. Now, we will go to the temple at Jose. And guardians, don't forget to smile. Hahaha. Da. Ja, ja. So kann man sich auch genug machen. Das ist schon wahr. Da ist viel Wahres dran. Achja. Ah. 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 So. Willkommen auf der Mi-Hend-Straße. Der macon. A blank. Noade. Ahí, beckon, 선s. beset Aurochs zu einem Top-Team. Wir speichern trotzdem mal. Ah. Eieieiei. Aber langsam tut sich was. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Jose. Das wird auch ein sehr angenehmer Weg. Den schauen wir uns allerdings in der nächsten Folge an. Fürs Erste ist es für heute mal genug. Heute mal ein bisschen kürzer, die restlichen letzten Folgen waren eh alle samt so lang. Deswegen halbwegs normale Länge, eh auch wieder Überlänge, egal. Final Fantasy ist ein überlängeprojekt. War mir aber von vornherein klar und es macht auch Riesenspaß. Ja, ich sag herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's play Final Fantasy X, die HD Remastered Edition. Ja, bis dahin. Toedaloo. 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 Bis zum nächsten Mal.